Hier ist eine Kapkan. Hab ich gesagt, dass da eine Kapkan ist, oder? Naja... Da ist eine Kapkan, haben wir sie in Seite. Gott! Ehre! Das war ein nice try. Hat dich mal noch hingekriegt. Riefen! Och Junge, dieser verfickte Sound, ne? Boah! Alter, der Ton! Kavera, Digger! Bleibt ihr dabei, Marvin? Der ist noch drin bei mir noch. Oh mein... Vigo ist nicht bei dir! Ach so, das geht jetzt zu dem 2. Easy. Kannst du nicht wieder aufheben, ne? Aber ich call mal, warte. 18 Sekunden. Kann ich an... Warum kann ich mir die Echo nicht angucken? Weil Echo... gegen nie. Ach ja! Echo ist ja immun gegen sie. Scheiße! Also Doka, muss ich sagen, ist jetzt noch schlimmer als vorher. Ja. Uh! I'm sorry! Marvin, was ist denn mit dir? Ja, ich weiß. Hm. Da ist jetzt ein Mute mit Shotgun. Ich hab ihn. Irgendwie. Ja, echt? Ja, ich kneif ihn. Bill, der andere ist da auch noch. Der andere ist auch bei den Stockbetten. Ja. Was? Was ist da? Keine Ahnung. Fuck, 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 fuck. Der hat jetzt diese Teile auf den Defuser, die macht. Hab ich. Hab ich nicht, hab ich nicht. Ich baite, ich baite, guck. Ist gut. Warte, warte, Julian. Ja, warte, warte, warte. Warte, bis er in die Tür rennt, dann kippt er um. Nein, er ist kaputt. Jetzt! Ja, hat. Nein, er hat eine Shotgun, er hat eine Shotgun. Fuck. Deins ist sowieso anlass. Nein, das ist nicht das. Ha, Marvin, wie du läufst. Lauf mal. Renn mal. Ja, lauf du doch. Ihr legt euch so nach vorne, mein Mann. Was? Sag ich mal. Sag ich mal. Jo. Junge, warum haben wir das geändert? Sieht das aus, wie ich dann auf den Boden guck? Hey, Stima, siehst du meine Nachtladeanimation? Wie ich das Magazin so in meine Hand werfe? Ja. Nochmal, nochmal. Hä? Das ist ein Doppelmagazin. Ja. Du hast nur ein Magazin, das füllt sich die ganze Zeit auf, ja. Warte mal, guck mal her, lauf mal so, quasi so im Zickzack. Da müsstest du eigentlich so leicht in die Kurve dich reinreden. Oder? Ja. Ja, guck mal, der läuft in so einer Schwunglinie dann so. Tatsächlich. Das ist doch voll Overpower, Alter. Sieht ja mega geil aus. Also ja, das auch. Also ja, das auch, aber... Ey, Julian, kannst du da oben gucken und laufen? Okay. Das sieht richtig verloren aus. Er sieht voll glücklich aus. Neue Telefon, wo? Hier. Hallo? Ja, ich werde den ganzen Tag gespottet. Weiß ich nicht. Hier ist irgendwo einer. Hier ist irgendwo einer. Hier ist irgendwo einer. Da war eine Drohne. Da war eine Drohne. Doch er hat doch einen Ding gehabt. Du hast doch einen Ding gehabt. Ja, ich musste es aufheben. Was? Passt doch eins. Ich habe noch zwei, aber hier sind keine Drohnen. Hey, ich habe eine Twitch Drohne. Hack die mal. Was macht mein Mate? Schießt die Drohne extra vor mir ab. Hier, hier ist eine Twitch Drohne. Er hackt sie. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Take the Twitch Drohne. Charlie. Go inside your drone. I'm driving it. I'm driving it. Twitch me. Twitch me, Daddy. Thanks. Yeah, baby. Yeah, baby. You want it? Yeah, baby. Yeah, yeah, wait. You take that. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's go fucking find some attackers. Hier ist eine. Hier ist eine. Sie wird wieder weg. Sie wird wieder weg. Sie ist da. Oh, sie ist rausgefahren. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Warte. Ist, 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 ist. Show me the way. I want more. Boah. Rein kommt aber auch einer, Dima. Von wo ich hergekommen bin. Echt? Ja, ja. Guck mal, die Attacker Drohne ist von meiner Drohne. Ash kommt rein. Ash ist drin, Ash ist drin, Dima. Bei mir ist noch einer. Dima, von hier. Es wird gejackle tracked. Dima on ping. Es wird gejackle tracked. Alter, die andere Drohne fällt mir die ganze hinterher. Was? Er war doch gar nicht da. Von wo, Dima? Von. Waschraum. Waschmaschine. Ja, ja. Ja. Eier, wenn Doka dich anruft, musst du einfach nur da draufrennen. Ach, den Schaden rein. Jürgen, das ist so dumm aus, wie du läuft, Marvin. Mit der Shotgun, das sieht noch dümmer aus. Ey, hier ist die Drohne. 10 Sekunden. Yo. Oh, ich hab's getroffen. Ich hab weggeguckt. Yo, go away. I'm sorry. Go away. Put the banana away. Do you know the way? Put the banana away. Oh, Marvin. Ich hab's kaputt gemacht. Ich dachte, du brauchst die nicht mehr. Alter, ich hab nur noch 20 AP, Idiot. Niemann, der hängt oben links. Tick auf. Mit drüselndes Waffen weggemacht. Ach, scheiß mal auf Toxic. Warte, meinst... Oh, Hibana, Alter. Wie sieht Hibana aus? Das ist... Junge, ich muss mich gleich in-game sehen. Dinger, das wills einfach anders. Wo ist Hibana? Was haben sie mit Hibana gemacht? Junge. Von einer anderen Rolle. Kennst du diese Robo-Fights noch von früher? Reloading! Nein! Ich bin ein Idiot. Ich wollt gucken, wie sie aussehen. Guck mal, was find'n scheiß skinnig, Anna. Warte. Alter. Sieht aus wie ein Fisch. Verpieß dich. Alle Skins, die ich hätte anziehen können, ey. Wie du läufst, Alter. Na ja, der läuft bei dir, ne? Wer läuft? Er schreckt sich voll an. Ich muss das Gebäude. Ja, bei 50 Grad, Alter, würde ich sowas auch nicht anziehen wollen. Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? The fuck you say to me, you little shit? Alter. What the fuck, Alter? Nein! Was auf, Julian, von da. Hm? Oh, ich hab einen gesehen. Wie ist das? Alter, wie die laufen, Dinger. Yo. Hä? Was? Sie haben gewollt noch mehr genervt. Was tut denn jetzt? Man kann die Waffen nicht mehr spielen. Nicht mehr, was? Alter. Das kann man nicht. Du kannst nicht mehr so schnell trickern, der Waffe. Hey, hey. Du musst jetzt snipen mit Caveira. Damit musst du dich dran gewöhnen. Das hab ich mit Bug auch schon durchgemacht. Das ist nicht schön. Ja, auch viel Verteidiger, Alter. Ja. Flash rare. Wow, Alter. Ich musste interrogation vielleicht? Ja. Ja, sie sagen mir nicht, dass hier direkt vor ihr steht. Jungen, wie ist das? Ich hab einen bekommen. Random Shot, Alter. Das ist doch die Caveira Pistel, ne? Ja. Guck mal. Ja. Uiui. Ich live den jetzt. Live den. Prima. Warte. Oh mein Gott, du Pizzen. Digga, das ist die neue Map, ne? Er will schon spawnen. Lol. Das sind voll die Toxic Bastards, Alter. Ja. War ein bisschen schwierig auf jeden Fall. What the fuck? Hat sich angehört wie so ein Ghast aus Minecraft, Alter, der gerade gefickt wird. When you picked that new operator. Hat sich richtig schlimm angehört. Keine Sorge. Ja. Kann nicht bestätigen. Alter, was machen die hier? What the fuck is einer? Jungen, was sind das komische Leute? Irgendwie gesaved auf jeden Fall. No man. Ich hab den. Kann den abgeben. Nein, ich hab den noch nicht gespielt. Nein. Bist du ready? Nein. Kann den abgeben. Ich geb den in 3, 2, 1, jetzt ab. Warum? Weiß ich nicht, mir egal. Ich hab den auch noch nicht gespielt. Jungen. Stop. Auf Wiedersehen.